hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu meinem let's play the forest schön dass ihr wieder mit am start seid und eingeschaltet habt mit mir zusammen hier ist der neoplex grüß dich so und ihr seht schon wir haben hier schon mal die blueprint einer umrandung hingebaut mit türen und fenstern und sowieso das werden wir jetzt versuchen dieser folge ansatzweise fertig zu bekommen wenn wir nicht allzu sehr gestört werden also euch schon mal viel spaß beim zuschauen und dann fangen wir mal an mit dem bauen hier vielleicht sollten wir uns auch bei gelegenheit so ein loxlet bauen dann brauchen wir die stämme nicht immer so weit tragen ja das wäre eine ganz gute idee zu meinem schauen was wir dafür brauchen guck mal eben so so loxlet so ok da brauchen wir noch so ein paar dinger hier so 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 Ich habe noch ein paar Sticks hier. Da kannst du dir das reinlegen. Sauber. So kann ich sie dir nicht reinlegen hier. Mit C glaube ich. Ja. Da ist wieder ein Spion. Blöder Arsch. So. So. Oh okay. Die weißen sind giftig. Du sollst ja auch nicht alles essen was in die Quere kommt Mensch. Okay da steht wieder was in unserer Falle. Können wir ein paar mehr Fallen aufbauen. Da habe ich euch jetzt aber Glück gehabt. Der Baum ist ganz knapp neben mir runter. Passt nichts mehr drauf. Das wird langsam wieder dunkel. Hm. So. So. Ich komme mit dem Schlitten. Der Schlittenmann kommt. Ja. So. 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 geht das ziemlich schnell. Hm. Jetzt ruckzuck unsere Mauer fertig. Geh mal kurz rein was essen. Ja. Ja. Mal Licht anmachen so ein bisschen zumindest. So. Wir sind schon wieder wirklich im Anmarsch. Ja. Hier in unserer Base. Boah. Das ist doof wenn man keine Waffe ausgerüstet hat und ich bin gerade hier am sterben. Ja warte ich komm. Ist nur einer gewesen. Die haben mich gerade. War nur einer glaube ich ja. Die haben mich gerade irgendwie übelst in die Luft geworfen. Ja. Hab dich. Da hinten ist er. Ja. 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 Boah lass mal abgehen hier. Boah das sind mehr. Ja. Ja. Ich bin unterwegs. Puh. Tiege. Hast du dein Rauchen gerade geschleppt? Puh. 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 Alter, wie besitzt denn das? Puh. Keine Ahnung, ich hab irgendwie vorhin drei oder vier gezählt. Puh. 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 so cool im karton hier hoffentlich ja einer ist ja noch voll in die klöten gehackt so so mann 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 64 lachs brauchen wir noch da ist noch was zu essen drin im feuer kann ich gut gebrauchen schon wieder einer ne 2 sogar ne da sind mehrere ja ich komm also ich hab 3 gezählt ich weiß jetzt nicht sind 4 mindestens 4 ja sind 4 stück so ich bin oben auf dem haus aber ich habe keine warte mal ich kippe pfeile machen ich hab keine federn mehr ich hab noch federn ach man so 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 der brennt der brennt schon mal ab und zu höre ich mich bei dir der brennt auch und der brennt auch und der ist ins feuer gelaufen der brennt jetzt auch so so zack voll in die rübe ja ich sehe es was dann direkt ins feuer so na so Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind drei Leichen auf dem Stein. Nee, zwei Leichen. Der Typ hat dieses Gestell aus Arme und Beine da hinten am Rücken. Oder? Nee, sind drei. Es sind drei Leichen. Alles klar. Eine nicht hier, eine hier und eine hier. Komplett lustig aus. Fliegen. Alles voller Fliegen. Hoffentlich wird es bald wieder hell. Noch so langsam. Oh, Wind. Ein bisschen Holz hacken. Oh, schon wieder so einer. Ja. Machen die keine Freunde oder was? Es sind aber mehrere hier. Ja. Den habe ich gerade zerlegt. Wo ist er denn? Da. Alter, ey. Kopf ab. Ruhe im Karton. Oder? No,värr. Jetzt okay, So, schön mit dem Schlitten hier. So, schön mit dem Schlitten hier. Und hier die Bäume fällen. Ja, genau. Nur nicht so fallen lassen, dass es auf die Mauer fällt, dann bricht ich nämlich ein. Naja, klar. Oh, auf Ledermäuse. Was haben wir hier denn? Eingang zu einer Höhle. Okay. Ah, ja, stimmt. Ja, cool. Vielleicht haben wir deswegen dauernd so. Oh. 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 So, wenn wir den Zaun fertig haben. So, wenn wir den Zaun fertig haben, dann können wir den Zaun fertig machen. Sind wir schon mal ein bisschen sicherer? Hoffentlich. Soll ich das? Soll ich das? Da ist schon wieder so einer. Ja, aber. Alter, äh. So, okay. Dann nehmen wir doch den Bogen. Jawohl. Ah, hat er nebengesprungen. So ein Arsch, äh. Kommst du soweit klar? Ja, ja. Die machen uns hier die Einrichtung kaputt. Weil ich müsste mal kurz aufkommen. Bin gleich wieder da, ne? Jo. Oh, wo ist der Penner? Ja, knurr du mal. So. Oh, shit. Okay, das ist alles heile. Okay, das ist alles heilig. Okay, das ist alles heilig. Okay, das ist alles heilig. Oh, keine Ausdauer. Okay, das ist alles heilig. Okay. Okay, das ist alles heilig. Okay, das ist alles heilig. Okay, das ist alles heilig. Okay, das ist alles heilig.